hallo alle zusammen silvius woche heute mit den highlights sony a7c drohnengesetz 2021 und sky replacement in photoshop sony hat die a7c vorgestellt eine 24 megapixel kamera die vor allen dingen vlogger oder reisefotografen ansprechen soll sie hat einen vollformatsensor mit 24 megapixel und von der größe ist sie ungefähr so groß eher wie eine a7 ohne suche buckel obendran musst du dir das vorstellen hat aber natürlich den sucher links auf der seite das heißt es fühlt sich eher wie eine a6000 an und ist von der größe her ein bisschen an die a7 angelehnt du hast einen drehunschwenkbaren monitor das heißt du kannst dich dabei wunderbar sehen wenn du fotografiert oder filmst bei der bedienung hast du einiges von der a7 s3 drin das heißt der aufnahme button ist oben und nicht mehr an der seite das finde ich ziemlich praktisch bei den neuen kameras von sony das menü wurde noch mal überarbeitet und du hast den akku der a7 3 drin das heißt der fz 1000 akku ist der der quasi bei sony schon seit ein paar jahren dafür sorgt dass du länger durchhalten kannst mit der kamera dann hat sony den verschluss noch mal neu konzipiert das heißt ein nagelneuer verschluss ein neues verschusssystem wurde hier eingebaut und das tolle ist bei der kamera sie wird mit zubehör von sony leider nur original zubehör von sony noch mal deutlich besser und vielseitig einsetzbar du kannst mit dem optional erhältlichen bluetooth griff die sony kamera noch mal ein bisschen umfunktionieren du kannst dann zum beispiel sagen ich möchte den übergang in dem video von den blättern hier vorne zu mir oder ich möchte einen zoom effekt oder einen heraus zum effekt haben das kannst du alles mit diesem griff einstellen und es kommuniziert sozusagen mit der kamera finde ich eine coole sache wenn es gut funktioniert ist es glaube ich für videografen auch eine möglichkeit noch mal eine ganz kompakte kamera mitzunehmen und auch doch trotzdem professionell einiges abliefern zu können kritik gibt es natürlich weil du keinen joystick hast das heißt für den af bereich kannst du hier nicht ganz einfach mit dem joystick einstellen und du hast kein vorderseinstellrad das finde ich ein bisschen schwierig weil du mit den vorderen und hinteren einstellrädern sehr schnell einstellen kannst also blendeverschlusszeit oder was auch immer du drauf legt finde es ein tricky ja es geht aber ich finde für die schnelle handhabung ist es doch besser zwei räder vorn und hinten jeweils eins zu haben wenn du ideen oder kritik zur sony a7c erst schreibt sie doch bitte mal hier in die kommentare unter dieses video ja Musik Und zwar ab dem 01.01. um genau zu sein, darfst du mit deiner Drohne nicht mehr so einfach fliegen, wenn du keinen EU-Führerschein hast. Das klingt ein bisschen kompliziert. Es gibt auch einige Eingruppierungen, wonach Drohnen jetzt einsortiert werden. Im Sinne von, dafür brauchst du einen Führerschein für diese Größe und dann einen Zertifikat oder einen Nachweis für diese Größe. Allgemein gesprochen kann aber gesagt werden, dass alle Drohnen ab 500 Gramm aufwärts bereits einen Drohnenführerschein brauchen, wenn du sie betätigen willst. Das heißt für dich, wenn du eine Mavic Pro hast oder Mavic 2 Pro, was auch immer aufwärts, wirst du einen Drohnenführerschein brauchen, wenn du nächstes Jahr fliegen möchtest. Ich finde das ist ein bisschen tricky für alle Amateurfilmer. Das heißt die Berufsfotografen oder Berufsfilmer werden sowieso diesen Führerschein vielleicht schon haben, beziehungsweise den neuen dann machen. Aber für alle Amateurflieger finde ich nicht so einfach, weil du wie gesagt auch für die kleinen Aufnahmen in der Familie, wenn du mal im Urlaub bist, dann den Führerschein brauchst. Das Tolle ist aber wiederum, wenn du diesen Führerschein hast, dann darfst du EU-weit fliegen und es wird sogar gesagt, dass wahrscheinlich, das steht noch ein bisschen im Raum, die Gebühren dann entfallen, wenn du eine Erlaubnis dir beantragst, um über spezielle Gebiete oder in gewissen Anforderungen fliegen zu wollen. Wenn du noch Fragen oder Anregungen zum Thema Drohnen fliegen hast, schreib es bitte unbedingt in die Kommentare. Photoshop, ich sprach in dem letzten Video darüber, dass Adobe Probleme hat mit dem Update, beziehungsweise mit der Cloud, wenn du Fotos daran speicherst. Jetzt kommt aber Adobe mit einem tollen Feature für Photoshop und zwar, so neu ist es nicht mehr, Lumina macht es vor. Sky Replacement kommt jetzt auch demnächst in Photoshop. Du kannst dann dort auch ganz einfach per Mausklick und mit verschiedenen Ebenen dir Hintergründe in dein Bild hinein zaubern. Wenn du jetzt ein spezielles Bild hast und dann doch den Look nicht im Nachhinein hast und es brauchst, finde ich es toll, dass du das so machen kannst. Ich bin gespannt, wie ihr das nutzen werdet. Schreibt mir doch bitte mal eure Erfahrungen mit Lumina und Sky Replacement, beziehungsweise ob du dich darauf freust, dass dieses Feature bei Photoshop kommt. Schreib es mir unter diese Kommentare. Und dann kommen wir noch zum Feature der Woche. Du kannst mit dem Hashtag SilviusWoche bei Instagram deine Beiträge taggen. Das sehe ich in dem Feed und die Beiträge, die damit getaggt werden, die suche ich mir raus und die feature ich hier nach und nach hier in den Videos. Das heißt, du hast die Möglichkeit hier bei YouTube deine Arbeit zu zeigen, deine Fotos zu zeigen. Und heute habe ich den Manuel Klappbacher. Er hat ein wunderschönes Foto im Tirol gemacht mit den Bergen. Wunderschön, man sieht die Struktur wunderbar an den Felsen. Das ist eine tolle Stimmung. Herzlichen Glückwunsch Manuel zu diesem tollen Foto. Wenn dir seine Arbeit gefällt, schau doch mal bei ihm vorbei. Ich verlinke ihn unter diesem Video. Und als Profilfeature habe ich den Ansgar Lenzen heute rausgepickt. Er hat ein wunderschönes Profil zum Thema Wildlife und Landscapefotografie. Und er beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch dem Thema Naturschutz und allem, was dazugehört. Und wenn du Fragen an ihn hast zu diesem Thema oder ein bisschen Achtsamkeit in der Natur, schreib ihn mal an. Wir produzierten auch dieses Jahr schon gemeinsam einen Podcast. Wenn du den nicht kennst, hör mal rein. Ich verlinke ihn unter diesem Video. Das war es mit den Themen zu dieser Woche. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Wenn du noch Ideen hast und Wünsche hast zum Thema Silvius Woche, zu den Neuerungen und zu den Features, schreib mir das bitte unter dieses Video. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne, abonniert meinen Kanal, liked das Video, wenn ihr wollt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.